Dab-El-Farafra Der Dab-El-Farafra ist eine antike Karawanenroute in Ägypten, die die Senke El-Farafra in der westlichen Wüste mit der Senke Et-Dachla verbindet. Die Route ist 200 Kilometer lang und lässt sich mit Kamelen in etwa vier Tagen bewältigen. Hintergrund ist in die Neuzeit nutzen Karawanen und Expeditionen den Dab-El-Farafra, dass er über 100 Kilometer kürzer ist als die Anreise über Abu Minka. So auch die Expedition des deutschen Afrika-Forschers Gerhard Rolfs, 1831 bis 1896, im Jahr 1874. In seinem Werk »Drei Monate in der libyschen Wüste« beschreibt er die Reise, die vom 3. bis zum 7. Januar 1874 andauerte. Als besonders frustrierend müssen die Teilnehmer der Expedition die Reise nach Berdeka durch die Sanddünenfelder empfunden haben. Rolfs klagte. Kann man sich etwas Trostloseres denken, etwas Langweiligeres, als die Gegend, welche wir jetzt zu durchziehen hatten? Rechts und links 80 bis 100 Meter hohe Sanddünen, etwa eine halbe Stunde voneinander entfernt. Und in dieser von den beiden Sandketten gebildeten Talrinne bewegt sich unsere Karawane. Das ist kein Fels, kein Gor, kein Berg, um etwas Abwechslung in die Szeeneri zu bringen. So wie die Gegend hier aussieht, so sieht sie nach vier, nach acht, nach zehnstündigem Marschen noch aus. Der Boden der Allee, in der wir uns befanden, bestand im Norden aus grauem Kreidemergel, der Sand der Dünen aber war Quarz. Überstreut war der Boden mit Schwefelkies, der meist in brauneisen Stein verwandelt und von Quarz durchzogen war. Erst die Ankunft am Nackbelkwasser am 7. Januar 1874 mit seinen außerordentlichsten Naturszenen konnte für die Mühen entschädigen. Vorbereitung Die Route ist nicht einfach. Größere Abschnitte müssen über sandigem Untergrund zurückgelegt werden. Es ist sinnvoll, Sandbleche mit sich zu führen und die Strecke in einer Gruppe von mehreren Fahrzeugen zu bewältigen. Mobilität Die Reise entlang dieser Route kann nur mit Kamelen oder geländegängigen Allradfahrzeugen erfolgen. Die Querung des Nackbelkwasser, des Elkwasserpasses, ist schwierig. Es bietet sich an, die Reise in der Richtung von El Farafra nach Etdachla durchzuführen. Kamele sollten geländegängigen Allradfahrzeugen vorgezogen werden. Im Fall der Fahrzeuge benötigt man erfahrene Fahrer mit Streckenkenntnis. Route Die Route beginnt in El Farafra und führt nach Berdeka, das sich etwa 45 Kilometer südöstlich der Stadt El Farafra befindet. Dieser Brunnen der, männlichen, Palme ist die einzige Wasserquelle auf der ganzen Route. Schon wenig später gelangt man in ein Sanddünenfeld. Mehrere fast parallele Dünen ragen hier bis in eine Höhe von 100 Metern. Die Korridore sind etwa anderthalb Kilometer breit. Einer dieser Korridore heißt Black Valley und erstreckt sich über etwa 50 Kilometer. Seinen Namen erhielt er von unzähligen kleinen schwarzen Pyrite-Steinchen, die auf dem fast weißen Sand liegen. Pyrite wird auch als auch Schwefelkies bezeichnet und besteht aus Eisen 2-Di-Sulfid. Nach etwa 150 Kilometern folgt das sogenannt Marmor-Labyrinth, einem immer noch sandigen Gebiet, das von Kalksteinfelsen durchzogen ist. Nach weiteren 25 Kilometern erreicht man die Passstraße nach Etdachla, den Nakb-El-Quasa oder Nakb-Etdachla. Diese etwa anderthalb Kilometer lange Strecke ist wohl das schönste Teilstück der Karawanenroute. Die Passstraße wird auf beiden Seiten von einem Felstor begrenzt. Dies ist im Norden das Bab-El-Jasmund und im Süden das Bab-El-Kailiut. Von diesem Pass aus sind es noch etwa zwölf Kilometer bis nach Kwaser-Etdachla. Sicherheit 7 nötigen für die Anreise mehrere geländegängige Fahrzeuge, 4x4, ausreichend Wasser und Proviant und ein Satellitentelefon.